Wann kommst du wieder? Oben Nachmittag. Entschuldigung, könnten Sie ein Foto? Na klar. Ähm, also ein Foto von uns beiden. Entschuldigung. Hey Siri, mach das anrufen. Aber sag dem Fahrer, der soll mich im Loch an der Ecke abholen. Moin Moin. Wenn das mal nicht Tom Cruise ist, Na, meinst du wieder auf Weltreise? Ich hab ein Casting, ganz schön dickes Ding. Kann ich ein Autogramm haben? Haben Sie was zu schreiben? Nee. Ist das ein Papier? Nee. Danke. Gerne schön. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaub, ich muss los. Ihr Flug geht erst halb zwei, Sie haben da noch Zeit. Woher wissen Sie das? Ihr Stasi-Leute wissen sowas. Ich kann in eure Wohnung sehen. In meinem Fenster aus. Plötzlich konnte ich nie mehr wegsehen. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir, oder halt die Fresse. Okay. Ja, ich halt die Fresse. Das nennt man Stalking. So, hast du ein Ding an der Waffel? Sie haben mich angelogen. Schockierend, nicht wahr? Dafür gehst du ins Gefängnis. Ich hab Handschuhe getragen. Der Bruno, immer für die anderen da. Dann denkt man, dass man ein Leben hat und plötzlich ist alles eine Lüge. Sie schweinen. Wie viel willst du? Jetzt hast du mich verletzt. Halt die Fresse! Entschuldigung, jetzt hab ich Sie schon wieder gedust. Aber das passiert mir immer wieder, weil ich Sie so gut kenne. Entschuldigung, jetzt hab ich Sie schon wieder gedust.